Heute here we go! Demo Warmerrunde. Wir starten mit 10 Sekunden Hands-Involt. Einmal aufgeschwungen. 3, 2, 1 und relax. Wunderbar. Gefolgt von 10 Kosaken Squats. Wieder ein breiter Straddle. Und dann squatten wir einmal links, einmal rechts. Jedes Mal 1 cm tiefer. Oberkapp so aufrecht wie möglich. Wunderbar. Und die Runde abgeschlossen. Fahren mit. Fahren und mit. 10 türkische Sit-ups. 3 rechts, 3 links. Hantel zeigt Richtung Himmel. Außen rotiert, gleiches Bein aufgestellt und von dort einmal aufgesetzt. Endposition ist erreicht, sobald ihr in einer Linie mit der Hantel seid. Langsam Kante wie nach unten. Ab. Und Hand wechselt. Genau da wieder. Hantel legen und vorderndritten nehmen. Außen rotiert. Und Außenkorr starten wir. Hinten zusammenzweckt. Lenten zu den Brunnen reindrückt. Yep. Das ist 1. 2. 1. 2. 2. Und letzter. Wunderbar. Alright, das ist eine Runde. Wir machen es selbstverständlich. 2 davon. Go! 2.